Das erste Mal, dass er Chili isst. Ist schon einfach. Ich werde sterben. Sascha hat die richtige Einstellung. Gescheit beißen. Der hat das einfach... Das ist gescheit frech. Der hat das einfach oben geschluckt. Du musst das ja kauen, du musst das ja genießen. Das Kauen ist das, was die Schärfe bringt. Ich spüre es immer in der Pappe. Ich war nicht so schlimm, wie meine Tochter. Weil ich mich nicht schminken soll. Scheiße, wir müssen keine Kauen mehr. Geht's weiter, oder was? Nein, glaube ich auch. Ich spüre es immer kurz. Ich spüre es euch aus, die Ohren pfeift. Anna! Ja, das fängt an. Es hat die Ohren pfeift und du glaubst, wir können auf die Stauern sein. Wir sind richtig. Hast du dir noch eine Minute um Zeit lassen? Das passt schon. Hast du das die zweite schon getan? Sascha, das ist eine Maschine. Die tritt dich auch noch, oder was? Ja. Ja, ich spült auf. Ja. Ja, ich spür auf. Das ist eine Minute. Oh, Alter! Lass uns das andere Futter gießen, okay? Lass uns das andere Futter gießen, okay? Ey, das ist es. Ey, das ist es. Uh, ha! Schau, Sascha ist eine Maschine Er ist so ein Feiter, jawohl Jetzt wird es eigentlich wieder Sascha, wie geht es dir? Jetzt ist es eigentlich wieder besser, als wir noch von zweit Das hat der andere vorher auch gesagt Die andere ist noch nicht ganz zurechnungsfähig Also du holst nichts aus Hey, das war nicht, warte Du bist deine Schweinepacke Nur weil sie mich überbitten Wie viel hast du geschaut? Nein Fünf Jahre hat der andere gegessen Was tue ich für den Horst? Das ist so schön Schaut euch das an Als ob es Paprika waren Du bist so schön Ich habe nur Sacher da Wie hättest du Sacher da, Sascha? Hui Das ist so krank Ich habe meine Hände mit Bieren voll Ja, ich weiß Das ist voll krank Unglaublich Hast du da jetzt eine Sechseite? Die Schichtszüge sind schon leicht verändert Das ist so krank Hey, das ist krank Hey, das ist krank Komm her Er hat gerade sexy gegessen Voll schlimm Jetzt kommen wir schon auf den Rädern Alter, was ist mit ihm? Ich habe Hunger Ich habe Hunger Scheiße Das ist krank Wie zuckert Bier Bitte holt ihr Milch oder irgendwas? Ja, da drüben ist ja gleich ein Kinesensort Wir holen uns dann ein Eis Das ist genug Ist das genug? Wirklich? Das ist jetzt aber schon enttäuschend Das ist schön Unglaublich Ich könnte irgendwer für Sascha bitte was holen Sieben Stück Du bist geil Bravo Ja, allerdings Bravo Wie ist denn da? Wir waren nur fünf Ja In dem Sinne Weiten wir die Chile Challenge, oder? Wir haben einen Rekordmaster namens Sascha Bravo, gratulation Wirklich, Alter Sieben Chilis Du bist einfach nur krank So ja öfter Also wenn es wer überbieten kann Der muss uns ein Video schicken Dann Kommt der uns mal besuchen Dann machen wir mit dem die Chile Challenge Ja, in dem Sinne Danke, dass ihr zugeschaut habt Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen unterhalten können Da mit uns Und Bis zum nächsten Mal Je nachdem, was uns wieder einfällt Baba Ja Bei euch Bei euch Bei euch Bei euch com im